Ah, jetzt fahren wir nach oben. Hier ist schon richtig kalt. Scheiße. Oh, hier ist es schon kalt. Haben wir die Fenster alle zu? Also, hinten ja. Nein, ich hab zu. Okay. Seht ihr den Tower noch? Nein, also... Jetzt gerade nicht hier. Nee, nicht wirklich. Also, es ist hier zu steil hoch. So kann ich nicht mehr Fenster gucken. Okay. Da sind wir hoch. Aber fahren noch mal ein Stück weiter, bis wir ein Stück höher sind. Guckt euch mal die Aussicht an, links. Wie? Oh ja. Das ist halt immer mega. Wenn man genug Munition hätte, könnte man hier oben einfach die Max mit der Zeit wegsnipern. Wurde halt dauern, aber... Ich mein, auch die haben irgendwelche Schwachstellen. Die schicken doch dann immer wieder neu nach, oder? Guckbudeln auch die Empfehlung, die auch die beliebt. Diese pleasing AG verlieren? Ich eh-maa? Keine schätzen Paula, ich kann mich nicht einschätzen. Oh, jetzt rutscht es ja, aber jetzt wird es matschig. Oh, der Schnee oder noch? Aber der Schnee kanasta kann einem, ne? Ne? Oh jajaj. stehen bleiben ja 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 also ist es kalt hier wir müssen aussteigen ja 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 das auto hat ein radio das hat ja kein radio also ich würde sagen hier singt dafür was das radium doch kommt ich suche das lied aus und singt das zusammen doch mal wie wärs mit dem weihnachtslied also wenn dann eher ein kanon ich glaube ich spreche irgendwas das man auch gerne hört vielleicht also ich bin oben man sieht gerade rechts unten ja sieht man vor allem dann halt mal gucken was man hier auch sehen kann karten wird mich mal interessieren gerade also das ist halt ein guter spot zum scout können wir mal gucken ist kalt ist kalt hier auch gott die tür okay das knirscht richtig und gott das ist ja das sollte man nicht machen oder die tür aufzumachen dass ich mir den rücken auch schon zerschossen legt die mal hin war so dass das hat bei mir und schon noch also mit ausgeflutscht aus der tür ja nicht so hinlegen meine auf bauch legen so zwei herzlich willkommen so wo kann man es echt gut weit gucken ich nicht schlecht die dddd aber da kann ich kann jetzt aber nicht ausmachen das fähig das ist ja komplett falsch das ist ja manipuliert ich sie weg so gar nicht was ist das denn denn das ist doch kein echtes fernglas ich sehe die mix nicht also bei der großen halle war ja einer bei dem praktischen war ein uhr im fernglas ich meine du guckst auch nur durch jetzt guckst du richtig jemals durch ein glas so auszumachen also vorne bei der landebahn hier war einer bei der ersten halle rechts war einer und auf dem parkplatz hin und der halle war einer das heißt drei stück auf die größe würde ich sagen auf der anderen seite können noch mal drei also sechs stück minimum so schätzungsmäßig vom bauchgefühl würde ich jetzt sagen sechs mindestens da habe ich den teils lang gehalten zum ranzoomen achte mich schon wieder auf lass uns mal zu dem tower fahren mal gucken es ist kalt oh gott da sind ja die meine heizung auch so noch mal zurück zu dem radio ersatz was vielleicht ein weihnachtslied wie wäre es mit dem weihnachtslied klingklötchen klingelingeling wie werden das ich dachte beim militär kennt man nur so marschlieger oder so was heißt das militär wenn ich viel ich hatte grundausbildung dies jetzt auch nicht so ganz lange wegen stress und bei fremden naja da war es auch nicht so viel mit marschen warum ist eine polizeistation aber auch wenn man das oder auch mit war schwierig hier kommt schon wieder irgendwas oh ja wir waren verfolgt ich weiß nicht wie es lange sein sollten wegen der kälte sind nicht dafür gekleidet sollten wir erst mal gucken wo überhaupt dieser tower ist ja das müsste jetzt eigentlich so von der position her wo wir gerade sind eigentlich längst von uns sein mehr oder weniger also erst mal die straße weiter fahren wir sind leider auf der falschen seite die knall nicht so hoch da man kann mich umsetzen immer noch ausprobieren ja ja ich war so ich kann keine gucken aus dem auto sehen nicht wo ist denn so auf der karte die straße die man gerade fahren was hat man so das passt also wir müssen uns gleich links halten wir sind gleich so ein stück höher eine politik über links zu fahren ja ja genau das ist auch längst der weg ist gut ja naja ich glaube wir müssen noch einen großen bogen gleich fahren um da hinzukommen ich glaube nämlich dass das dieses kleine gebäude ist was auf dem werk ist wo man so einen riesengroßen kreis fahren muss hier ja genau links lang oder ja das könnte es halt echt sein also von der teilung her kommt das ungefähr hin ich hoffe nur dass kein mech warum werden wir da ganz langsam ran gefahren ja wir werden es sehen ich meine wir können auch gleich wenn wir hier auf dem gipfel sind also unterstützung vom berg sind kurz anhalten und mal gucken die leute sind auch schon richtig dicht dran oh Gott oh ok von dem heimwerk überfahren ich habe gerade sehr fixiert auf die karte aber wenn wir hier noch kurz anhalten überhaupt klettern und vielleicht wäre eine idee weiß ich weiß nicht wo geht denn die straße jetzt hier hin wenn wir zwei der folgen über links halten dann kommen wir da direkt hin würde ich behaupten ok dann lassen wir das einfach jetzt mal wir schaffen natürlich ok genau da vorne geht es links ab da links dann ja genau und vorne ist quasi gerade wieder links ok und jetzt den berg hoch quasi ja das wird schon das sein da gibt es leider keine straße nach links da nicht einfach also einfach auf dem weg hier bleiben ja genau also nicht links abbiegen richtig da hier auch schöne hüttchen hier das ist aber zu kalt hier das ist vielleicht auch bei hoher der müsste vor uns dann irgendwo auftauchen oder nicht ne schon ja bisschen weiter links also muss da irgendwo sein wahrscheinlich in den ganzen bäumen dahinten die wird gerade sehr dunkel ja ich glaube ne ne ja wohl ich glaube es ist ein bisschen kalt ne 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 ich denke ich nicht mitnehmen da würde ich versuchen alleine rein zu dem auto warten weiß nicht nicht unbedingt das sieht gut aus das ist das sieht ja sogar besser aus ich kann noch einmal rumfahren hier das sieht sehr gut aus dann igor echt gut die info bedankt ich bei mika aber hier schnell als eingezäunt das gefällt mir nicht so wie steige ich jetzt vernünftig aus warte ich mache dir die tür auf nämlich die tür öffnet der herr müssten sie aussteigen ob ich hier auf dem linken hügel raufkommen pass auf ich habe da irgendwo gerade ein zombie gehört ist sehr kalt wir müssen das schnell hinter uns kriegen oder ins gebäude rein das gebäude da vorne könnte der weg sein so mit ein bisschen berührung jetzt stefan stefan laden das sind zombies drinnen bitte nicht schießen hier vielleicht dass wir auswischen beschädigen ich habe eben ein erst mal gesehen ich will versuchen denn jetzt wegzuschneiden da vorne gut ja lass uns das einfach wirklich so machen dass wir uns gut absprechen immer so bauchschuss ja da war eine stange im weg ok du hast den aber na ja ja okay aber bewegen groß ist kalt wenn ich ein punkgerät wäre wäre ich dann hier drin draußen sind sehr viele zombies passt auf ich gehe mal hoch so entschuldigung das könnte funktionieren das ist eine alte radio station das könnte funktionieren aber geht das noch alles das sieht halt echt alt aus so lange es mit strom versorgt werden wird soll das klappen hier sind auch noch nebenanlagen drin hier das sollte funktionieren wenn wir es draußen anschalten lass bloß alle türen zu ne nach draußen ich habe alles zu also ich mache nichts auf also ich habe unten die türen sieht gut aus hier oben hier sind kopfhörer kopfhörer ein mikro wenn ich das hier draußen eingeschalten bekomme sollte das passen die ganze scheiße wird alles mit strom versorgt das sollte doch klappen ja passt auf ich gucke mal ob es funktioniert ich gucke mal ob es funktioniert rauszuholen das ist ein bisschen unruhig aber wir warten bis er wieder da ist und dann ich werde den nächsten ich gucke mal der hat schon ein stück gefressen gerade also die tür ist zu das geht auch noch ah ruhe ok gucken ob das hier geht anmachen ja ja das sieht gut aus ok 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 das läuft oh das läuft ähm jetzt rüber kopfhörer kopfhörer mikro ok warte kopfhörer kopfhörer hey 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 warte mal ok jetzt ja strom ist schon mal da und jetzt also unten ist Ruhe das ist sehr gut und drück die daumen signal senden und ok ok sendung geht raus bitte lass es klappen bitte lass es klappen bitte lass es klappen ok kopfhörer drauf mikro so wir haben die sendung jetzt muss ich kurz warten drück die daumen ich habe doch so ein bushcraft messer gefunden falls jemand noch so richtig geil zuckt ist es denn rausgehend das signal kann man das irgendwie sehen ja entschuldigung ich wollte ihn nicht ins Ohr schreien ich freue mich nur ja es hat alles geklappt sehr schön sehr schön freut mich für dich ja oder für uns wie auch immer ja bis jetzt lief alles relativ nach plan ich habe ein paar Leute gefunden die mir helfen darum lief das besser als gedacht ich weiß nächste phase des plans ja weiß ich noch alles alles gut äh die karten habe ich schon gewusst das habe ich vorgezogen die besitze ich bereits die besitze ich bereits ok erste ja stück für stück es ist sehr sch- ok also sind die informationen nur so wichtig wie unser leben das höre ich gern ist entschuldigung ich wollte nicht lachen jetzt so es hört da bevor sie aufregen da wäre noch was ja ich melde mich hier wieder wenn ich die ersten infos der bunker habe ja 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 auch die die leer sind melde ich ihn ja sämtliche infos die ich darin finde auch sehr ich habe übrigens kontakt zu einem ex-militär gehabt ähm er hat mir forschungsnotizen gegeben die er bereits gesammelt hatte anscheinend aus einem kleineren bunker ja bringe ich dann mit bei der abholung alles klar das kann ich machen ich lege sie mir recht ich habe da noch eine frage es betrifft die leute die mir helfen besteht die chance dass ich sie mit hier rausnehmen kann wenn ich meinen auftrag fertig habe sind zivilisten so und ein ex-militär wobei bei dem wird es sich noch zeigen ja so ja ok ich weiß bescheid so ok out oh hab ich am hirbeln oh hab ich am hirbeln jungs jungs das war ein igu ja 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 ich bin fertig ach ich habe die kopfhörer noch auf ach warte mal ich muss die kopfhörer noch auf ablegen da wieso bin ich immer nervös wenn ich bin im rede vielleicht war so vorgesetzt so und so ja wirklich er hat so eine art an sich der ist eigentlich der wirkt total also der wirkt als als wäre er der teufel selbst aber ist er nicht er wirkt er ist eigentlich lieb trotzdem macht er mir jetzt mal angst ja aber es war alles klar wie es sein soll es hat funktioniert Phase 1 eingeleitet wenn ich in Zukunft informationen habe gehe ich hierher und gebe die informationen weiter je nachdem was ich finde je nachdem was ich halt finde aufzeichnungen die ich mache bringe ich mit wenn ich abgeholt werde ich habe auch noch euch beiden gefragt ob ich leute die mich unterstützen mit rausnehmen kann ja kann ich erstmal das wurde mir bestätigt allerdings muss ich bevor wir dann gehen ähm müssen wir euren code noch abschicken damit die die frequenz haben dass die eure die bomben in eurem nacken halt stören können wieso wird ja diesen code kommen mit einem scan gerät da werden wir aber auch eins finden da bin ich mir sogar ziemlich sicher zur not wollen sie eins reinschleusen aber da habe ich noch keine infos wann und wie und wo das wird dann auch über so einen toten briefkasten wahrscheinlich laufen wie sie das machen wollen aber das weiß ich jetzt noch nicht da habe ich also keine informationen vielleicht an der selben stelle wo wir heute waren stefan aber das kommt mit der zeit aber die brauchen halt die nummern von euch quasi wie er registriert wurde mit dem chip hinten drin mit dem blinkenden wurde auch die bombe verknüpft ist damit die wenn ihr das gebiet der show verlasst den störsender auch auf euch machen können dass das nicht explodiert und wenn wir dann zurück sind wenn wir raus sind werden die dann raus operiert von meinen rücken das war natürlich cool ja aber das wird noch dauern ich hoffe das wurde irgendwie abgehört oder so nein das war eine gesicherte leitung darum habe ich ja erstmal nur ein funksignal geschickt also ein signal ausgegeben das wurde wahrscheinlich auch abgefallen gehe ich von aus aber dann wurde eine verbindung von außen her nach innen aufgebaut und nicht von innen nach außen und die ist gesichert gewesen also für die war das so wir haben ein signal es ist weg jetzt haben wir nur Störfrequenzen und sie können nichts mehr damit anfangen darum war es ja nur von hier aus das Signal ich hätte nicht von hier aus senden können das hätten sie komplett abgehört weil das hätte ich hier nicht verschlüsseln können und war dein Chef zufrieden oder hat er irgendwas zu meckern ja nö alles gut er war ein bisschen er ist halt ganz lieb aber für ihn ist halt so streng in der Vorschrift dass ich schon die Pläne geholt hatte mit den Karten fand auch nicht so geil an ich kenne er ist nicht so schlimm wie er tut er ist froh dass es mir gut geht noch er ist froh dass ich Leute gefunden habe denen es auch noch gut geht das weiß ich so gut kenne ich ihn mittlerweile schon ich meine er hat mich fast groß gezogen also insofern ja also das geht alles jetzt kommt der schlimmste Plan an der ganze Zeit die gute Sache ist wir müssen nicht mehr auf den Flughafen das ist das Positive echt? alles klar ich bin happy nein ab hier das System hier funktioniert noch es wird halt alles immer noch mit Strom beliefert jetzt haben sie sich quasi ein Eigentor geschossen innerhalb der Show sie brauchen den Strom für die geheimen Experimente die hier laufen aber sowas geht dann halt auch noch solche Anlagen selber schuld jetzt müssen wir aber dann langsam gucken dass wir dann in so Bunker reinkommen wir könnten den einen kleinen den wir gefunden haben ich guck auf die Liste ob er auf der ob er doch ein unterer durch größerer Bunker ist meinst du denn? wo wir vorbeigefahren sind weinert ihr euch? wo Igor dann den Hitzenschlag gekriegt hat ach den ja alles klar ja 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 da war ja bloß ein Mech drin da war ja nur einer drin und das ist ja schon mal dann okay ja bloß nein das wird heute nicht passieren ich habe jetzt noch ein bisschen Geld auf dem Konto ich habe schon eine große Weste geholt ich brauche dann noch einer dass ihr beiden eine komplett große Weste habt so eine wie ich jetzt anhabe mindestens und dann müssen wir gucken nach großkalibrigen Waffen das heißt wir brauchen Militärcamps wenn möglich wir können ja das Gebiet hier mal noch komplett durchfrusten wenn du sagst Stefan du hast Militärzombies hier gesehen ja ja also ich habe da gerade eben draußen uns dann vier Stück weggemacht und die waren echt fies da musst du echt aufpassen denn deine hat glaube ich sieben Pfeile gefressen bis er umgekippt ist ok naja waren zwar keine Headshots bei deinem Helm aufgehabt aber der ist auf jeden Fall gepanzert gewesen der eine ok ne aber vielleicht würde ich auch sagen mal ein bisschen umgucken ja lasst uns hier noch umgucken solange wie es geht wegen Kälter müssen wir aufpassen wir machen das jetzt ganz in Ruhe aber jetzt haben wir erstmal auch keinen Zeitdruck mehr das was wir heute schaffen wollen haben wir geschafft und sogar erfolgreich und wenn alles gut geht können wir könnt ihr auch mit hier raus boah jetzt ist mir auch ein Stein von Herzen gefallen irgendwie ich kann irgendwie noch gar nicht so richtig glauben dass es echt einen Weg hier raus gibt ich habe mich damit eigentlich schon abgeformiert hier irgendwann zu krepieren nein es gibt einen Weg hier raus ich kann wenn du sagst man wird dann irgendwie wieder geklont ist ja ein unendlicher Kreis nicht 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 unendlich aber ein paar mal wahrscheinlich je nachdem was du der Show geliefert hast wirst du geklont also ich weiß gar nicht mal wie das war ich glaube es gab das in der Faust wo wenn du halt wenn du quasi runterfällst also wenn du abgeworfen wirst und hast noch nichts geschafft keine Ruhmpunkte verdient und du stirbst wirst du noch einmal wieder geklott schaffst du es dann wieder nicht stirbst du komplett dann werden sie deine Seele nicht abfahren quasi wir jetzt zum Beispiel ja wir zum Beispiel wir haben halt schon geschafft ich war ganz verrückt ganz unten links auf der Karte auf die Insel abgeworfen ganz unten links da würde keiner bringen gar nichts ich habe kein Boot gefunden hatte ich okay musste zwangsweise schwimmen hab mich heil gefressen und dann alles kalt Moment dann dann stimmt das ja naja definitiv und ich bin wieder aufgewacht dabei bin ich aus dem Kutzer geworfen worden wieder aufgewacht im freien Fall und der gleiche Spaß und Frauen und du kannst dich doch an alles erinnern ja komplett verrückt ich weiß Alter meine Träume sind auch verrückt also von daher weiß man da also also wann weiß man denn noch ob man wirklich man selber ist wenn man wenn man oft genug oh Gott ich will doch gar nicht nachdenken die Seele wird immer wieder das ist ja die Folter die sie damit auch übertragen die Seele wird immer wieder kopiert sie fangen das quasi ab die Energie die vom Körper aus geht also die Seele kann man sagen du erlebst du wirst dich an deinen Tod erinnern du wirst wissen wie du gestorben bist wenn dich da Zombies zerfleicht haben wirst du das noch wissen jedes Detail wie sich es angefühlt hat alles das ist auch eine Nachfolter dann naja zuerst ein Stück vom Bein gesnackt das habe ich noch auch nicht gemerkt und dann war ganz schnell vorbei ja dann schafft das dein eigenes Körpersystem halt nicht mehr bin ich wieder gefallen kurz darauf ganz komisch und das wie gesagt ich meine du hast jetzt auch wieder mittlerweile wahrscheinlich Ruhmpunkte verdient Stefan damit bist du aus dieser Wertung auch wieder raus wenn du jetzt stirbst ziehen sie die Ruhmpunkte ab wenn du null Ruhmpunkte irgendwann erreichst wenn du zu viele Tode hast und dann wiederum stirbst dann bist du dauerhaft tot dann beleben sich nicht wieder du wirst nicht so oft wiederbelebt wie du der Show also was halt weich steuerst also einmal hat mir tatsächlich genügt also statt brauche ich nicht also ich will nicht nur sterben nein das soll auch nicht nochmal passieren das machen wir auch nicht hoffentlich wir kommen hier raus möglichst ohne hundertfach geklonten Gehörer wir schaffen das wir schaffen das aber wer weiß wenn man das was kopiert und das wieder kopiert und wieder kopiert ja noch fühle ich mich dann so wie mich selbst halt du wirst deine du wirst wahrscheinlich sehr viel von deiner von deinem Gefühle empfinden verlieren vielleicht wird man so langsam zu diesen Puppets äh Puppengedönster wenn das zu oft ist ja und nein also der wird auch so aber also dein Körper wenn du jetzt zum Beispiel dein Körper der irgendwo noch im Meer treibt wenn er jetzt nicht vom Hai gefressen wurde wird wahrscheinlich irgendwo als Puppet mit einem Bein rumhumpen aufgrund des Chips hinten bei dir im Kopf also wenn ihr könntet ja ihr könntet irgendwann euch selbst treffen wenn ihr sterbt quasi nein das ist weird stellt euch vor man kommt in eine Stadt voller Klone von einem selber das ist doch so wird nicht passieren weil so oft werden die dich nicht wieder will dass das passieren kann und wenn du so gut bist dass du so oft wieder geklont werden würdest äh dann würdest du nicht so oft sterben eigentlich wiederum weil da bist du ja trotzdem scheiße gut dann gäbe es keinen Grund warum du so oft stirbst dann wüsst du ja was zu tun in irgendeinem Traum habe ich auch von diesem Gepiepe geträumt ich weiß nicht ob 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 die mit mir das auch mal irgendwie machen wollten ich habe keine Ahnung gegen Bombengürtel umgeschmissen das ist dieses komische Gepiepe und dann hörte ich auch lachen von 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 nebenan durch die Tür das ist halt so weird ok boah bin erstmal leicht dort ich muss was trinken ey mir ist echt so kalt ne wir müssen gleich irgendwie weg hier ich bin echt froh dass ich noch die Mütze gefunden habe ich blicke ob ich meinen Helm aufziehe im Auto scheiße mich das im Auto ich bin jetzt voll voll gemütlich ich weiß nicht was ihr habt Glückwunsch mir ist kalt na dann lasst uns mal gehen jo mal schauen was draußen was wohl ist ja ich werde vielleicht kurz mal zum Auto gehen und mir einen Helm holen irgendeine Tür im Kopf ist so kalt ey ist hier schon was? ich glaub hier ist ruhig ich geh mal kurz zum Auto passt kurz auf euch auf wir können ja noch die Bunker und alles hier durchsuchen mal gucken ja vielleicht ist hier auch was geiles also wo wir können ja was dachte ja das ist das ist das ist Oh, hier sind... große kästen aber mein gefühl sagt mir da liegt ja bestimmt irgendwo einer rum mit sicherheit jetzt gehörschutz in der mütze ja dann kann ich dir vielleicht noch unter kann ich mir unter den helmen ziehen ich hab sie dann mal da habe ich schon reingeguckt stefan das bin ich ich äh ego entschuldigung was also ja ja dann leg ich meinen helmer ach so ja mal gucken ich traue im frieden irgendwie nicht geht nicht nur dir so pass einfach auf wenn er in die großen hallen reingeht dann mal aufmachen siehst du was du auf dessen blick sehe ich gerade im weg doch nicht doch zwei ja ja gerade einer vorweg ich habe es gesagt das ist noch eine achtung was hat er viel klamotten an das ist ja richtig militär ich glaube ich bin langsam wieder drin in dem zeug meinst du im schießen ja also so langsam kommen die inno auch zurück leuchten fackel so komischer schlafsack stefan ich hab was für dich das bin gespannt wahrscheinlich pfeile visier für den ich hab batterienfirma nachts sicht geht gefunden ja 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 ein eisernes vorhänge schloss ich glaube das muss erst mal üben woher geschlossen ja so wie wegen den tönen abschließend also ich habe ja nichts wenn man jemand einbricht sei egal ich werde aber so wir wollen aber eine kiste und das soll ich auch machen nach eben ich bin da nicht mehr so schnell dabei das dauert dann immer ein bisschen alles gut hier sieht sehr ruhig aus so 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 schnell kann einem die Muni ausgehen hier. Ja das geht schnell auf einmal. Echt krank gewesen eben. So warte jetzt hin. Also hier wird schon fleißig. Ui, 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 was ist hier los? Da war ich schon überall, Igor. Ja hier liegt aber noch was. Ne geile Mütze. Ja ok, fleißig ja nix mehr. Ja. 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 Also gegenüber dem Haus ist noch einer. Ne, tatsächlich nix. Da liegt doch was. Ja wo? Achso nein, ich meine keine Fingerspans. Achso. Ja. Nix zu holen wird. Ja da hast du schon alle ja ne. Ne, ich hab noch was genommen seit Tag. Oh. Ja. 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 Da sind ein zwei drin. Hier direkt in einem Raum links liegt auch einer. Hier so? Ja, ich, 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 ich schieß da jetzt nicht rein, ne. Achso. Ja hier ist da. Achso, mach die Tür zu sonst wieder. Dann mach ich ihn von dir aus. Ok. Achtung, ich schieße jetzt. Ok, das Bleg. Ok, das Bleg. Ok. Oh, es ist kuselig da draußen. Warte, ist schon oben? Nein, oben. Achso, okay. Ich habe meinen alten Freund mit angefunden. Ein Vorschlag haben wir, der heißt der Gesichtszerstörer. Oh, und diese Mutter? Hier ist ein Werkzeug, Papa. Wollt ihr den mitnehmen? Achso. Ja, ich habe keinen Platz mehr. Okay. Das sind ja Latrine oder was ist hier? Ah, scheiße. Wo bist du? Was? Was ist los? Geht's dir gut? Ich weiß es nicht. Es liegt hier einfach gerade. Ein blutende Ver... Ich behandle. Es tut mir leid, Jungs. Was? Was passiert? Der Scheiß-Zombie. Der Scheiß-Zombie. Ah. Da habe ich ein Messer durch den Kopf gejagt. W-w-was? Messer? Was ist das denn? Ja, genau. W-w-was? Ich kann. Ich kann nicht so weggehen. Ah. Wird uns halt verarschen, oder? Ja, okay. Der wird zwar nicht geil, sorry. sah aber schon witzig aus und dann ja eine c1 verletzung da ist ja schon wach der eine da So schön soll ich die Tür aufkommen oder wird er reinschießen in die Tür? Oh Gott ich hab Angst Ich weiß nicht was er jetzt rauskommt Ja ok der liegt da Da kommt er Alter Alter Ok. Nächste Tür Oh da kommt noch andere jetzt glaube ich oder? Achtung ich mach die andere Tür auf Ich hab nichts gemacht Hier ist einer drin Wow Alter wie schnell er ist Ich hör' noch Schluss Naja war ein bisschen spät Gute okay Jo waren wir dann überall drin ich glaube oder dass ich höre auch was also scheinbar noch nicht vielleicht außerhalb der mauer auch hier war eine mistkabel da kommt einer von rechts ist deiner gönn dir jetzt kommt er näher das war knapp ok lass uns lieber langsam wieder zum auto gehen also so gute schuss trainier ich habe auch nicht unendlich schuss das ist das erste mal wo ich sie ernsthaft eingesetzt haben war aber auch nötig hier jetzt mit dem bogen nicht schafft ja gut aber immerhin haben wir es gut gelutet da ja keine feile mehr habe gerade nur zwei ich glaube hier war schon durch ja 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 habt ihr in der ersten halle die die dinger schon durchsucht gehabt diese kisten da die verdeckten die hier die hier dabei dran ja okay ich glaube ich auch was hat wird mir angeschrien ich hätte so eine idee wenn wir so jetzt looten gehen und alles und uns die gute ausrüstung zusammen schnappen wollen wir das so machen dass jeder von uns eine kiste hat und dort quasi seine einsatzklamotten reinpackt das beste was wir haben rüstungstechnisch und so dass wenn wir dann gegen irgendwas gehen wie in den bunker dass jeder genau weiß ich das lege ich jetzt an dafür macht auf jeden fall sind besser als mein Haus dann brauche ich eine kiste und ausrüstung für die kiste also ich habe nichts ich kann eine nägel geben ja ich kann auch ein zwei stück ne Weste hast du ja schon mal gerade ja die hat auch schon gut gefressen sag ich mal ne da gibt es eine richtige große Weste für der holt ich euch noch mal vielleicht auch ne Ausrüstung die wirklich dann nur angezogen wird wenn wir halt wissen okay heute gehen wir da und dahin dass die vorher keinen Schaden nimmt weiß nicht so ein Gedanke ist halt aufwendig aber lohnt sich wahrscheinlich für das Leben dann im Endeffekt definitiv und ich meine man hat ja gerade gesehen dass die zum Teil ja echt häpfelte Dinger man kann auch ein paar jetzt äh kleine dabei die nicht weggehen die Sachen nicht malen gute die du malen so halbwegs aber ein paar waren ja echt die tiefste Panzer also der eine Militär der der hat einen Kopfschuss getankt da habe ich hier umgeguckt naja der hatte auch einen Helm auf ne? ne der eine was der mit dem Helm? ne der hatte nur so einen Militär mit sauf gut haben wir weg gewesen das war halt die von drinnen der weg geschossen hat da habe ich glaube ich 8 Pfeile reingesetzt bis da zu fallen ist okay das sieht man dann die das sieht man dann so die Grenze der Pfeile ne? naja also das waren nur die Holzstecker ne? das hat man nicht vergessen naja klar ja keine richtige Spitze drauf und keine Befiederung ich habe auch noch Carbon Pfeile mit Jagdspitzen und so einem Gedöns ich glaube die sind noch eine andere Nummer jetzt endlich also ich bin für die Operation heute heavy ach wollt ihr noch irgendwo hin? wenn wir gleich mal unterwegs sind im Biergarten du möchtest die Wünsche? nö was sind das hier links? oh hier ist ein Bunker links alles klar du musst jetzt die Zeit immer erstmal nach rechts halten ja ich sag es jetzt nur ungern ich muss pinkeln sparst du dir das immer für vor und danach auf oder? nein eigentlich nicht ich spüre das ist nicht ein Absicht also ich war pinkeln bevor sie losgefahren sind und das ist schon dein viertes oder fünftes Mal? und ich war unterwegs schon das viertes Mal jetzt mache ich das fünftes Mal warte ich muss dir kurz pinkeln gehen gleich wir da jo lauf das ist eh eine kleine Blase das ist eh eine kleine Blase also ich war noch kein einziges Mal auf unserer Tour jetzt oder? das friert ein das friert ein ich werde dich pinkeln aber nicht den gelben Schnee essen garantiert nicht das friert ein auch wenn sie zu kurz zitronen aus heiß aussieht garantiert fresse ich nicht den gelben Schnee hallo was ist los mit dir? das weiß ich nicht so eine bin ich nicht oh war das kalt ja da kann man sich schützen fing an ja das geht doch bisschen ansteigen dann passt das an echt wir haben die 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 das Vielen Dank.